Ich hätte natürlich auch mal die Banaten nutzen können, aber die Logik war noch nie meine Sterne. Lachen wir mal nach. Penner. Tja, macht er sie einfach mal? Denken die tatsächlich mal nach. Eine Barrikade wollte ich sagen. Ich sage immer mal Dings. Machen die sich mal Dings. Hallöchen. Und mittlerweile werfe ich auch die Granate nicht mehr wie jemand mit eingegebsten Arm. Sondern auch mal teilweise passend. Interessend. Sturmgewehr. Sturmgewehr. Okay. Ich will ja mal lieber für so einen Scharf schützengewerden. Sturmgewehr. Ja, genau das. Sturmgewehr. So, hap' ich. Ist das ein Scharfschütz, ein Granatwerfer oder was? Auf jeden Fall ist klar, dass ich da rüber muss. So weit bin ich schon mal. Aber ich gucke gerade, ob es hier noch was zu holen gibt. Aber anscheinend nicht. Hier oben kommt es nicht rein, aber hier kommt es. Schau mal her. Raketenwerfer. Den tauschen wir doch mal gegen... ...Pistole mit Segeni. Gut. Gut. Sollte eigentlich nicht da runter kommen. Warte mal. Halt. Warte. Komm zurück. Was ist los, Tom? Eine Frau. Mit dir stimmt das nicht. Ich glaube, sie braucht Hilfe. Ich folge ihr. Wasser und Strom und Stromkästen. Wow, es hat mal irgendwas Sinn gemacht, was ich gekarren habe. Und ich habe das Gefühl, es steht uns wieder etwas Größeres bevor. Wie der da. Okay. Was zum Teufel. Habt ihr den jetzt unheimlich platt gemacht? Au. Hier geht es schon ein bisschen ab. Muss ich ja sagen. Was schießt denn hier alles auf mich? Hallo, 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 hallo. Ich habe das Gefühl, ich werde hier mal sterben. Ausnahmsweise. Nicht so klug an... Nein, nee, doch nicht. Aber bleibt doch doch. Wenn ich mich nicht so klug anstelle. Besiegen sie die Elite-Power-Einheit. Wie gesagt. Weg damit. Du kriegst auch einer hier. Äh, äh, äh. Das ist die falsche Granate. Egal. Wir kommen drinnen. Wir kommen drinnen. Wir kommen drinnen. PENG! Ich werde immer ein bisschen hektisch bei Beweide. Das Stadion ist blockiert. Die Straßen sind gesperrt. Entschuldigung, in der Fliege. Er kann man da noch mal machen. Gut, bleibt wo ihr seid. Wir kommen zu euch. Ah, okay. Wir sind auf der Lübe-Cantle-New-Town-Seller-Rief. Verstanden. Ja, wie gesagt, ich werde da immer ein bisschen still bei. Wegen Konzentration und sowas. Weil ich da nicht immer direkt sterben möchte. Was diesmal auch irgendwie... Betonung auf irgendwie... Verhindern konnte. Schocken voll, Schocken voll. Vergeben wir aber nicht. Sag mal nach. So, das... Ja. Auch nicht. Ja, okay. Was ist denn da drin? Da komme ich doch gerade her, oder? Nicht? Doch, da komme ich gerade her. Also... Muss ich irgendwo anders her. Mann! Ich... Äh... Glorreiche Schlüsse ich immer ziehe. Das ist unglaublich. Meine Schlüsse machen so viel Sinn. Wenn ich hier nicht lang muss, muss ich woanders lang. Ach, you don't save. Ach, you don't save. Gehen wir da durch. Ich hätte jetzt wetten können, dass ich da hätte wirklich müssen. Aber anscheinend nicht. Anscheinend möchte ich... Doch, wieder runter. Hier so. Au! Nein, hier so nicht. Und hier auch nicht. Ich bin zu doof. Manchmal. Was immer heißt. Warum habe ich Licht ausgemacht? Ich schweiße mich. Ähm. Einmal. Ah. Es scheint nicht falsch zu sein. Wenn man so viele Wetten rumrennt. Ja. Da laufen einige Wetten her. Ich habe den nicht gefunden. So. So spricht man doch nicht in so einem Ton. So bitte. Wahrscheinlich der einzige Grund, warum dieses Spiel ab 18 ist. Du Uhrensohn. Sohn einer Uhr. Replika-Scharfschützen haben Leutnant Stokes festgenagelt. Sie braucht Unterstützung. Sergeant Griffin hat von einer Frau berichtet, die Hilfe braucht. Der sucht sie jetzt. Und Snakefist hat über Funk durchgegeben, dass Genevieve Aristide bei ihm aufgetaucht ist. Mit Kommandosoldaten für geheime Operationen. Der Arme kümmern dicht auf den Fersen. Er braucht sofort Hilfe. So. Nein, keine Lampe. Bildet ihr euch ein. Das bildet ihr euch ein. Das bildet ihr euch ein. Alles Einbildung. Komm her. Ich sehe dein Rohr. Das klingt so falsch. Hey. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. Ich auch wirksam. Das war auf jeden Fall wirksam. Ich meine, was brauchst du mehr? Das ist einfach mal eine Rakete im Gesicht. Oder das, was da von übrig bleibt. So, muss ich hier wieder runter? Back it. Gott sei Dank. Hier bin ich es von Scharfschützen. Schau, ob du sie umgehen kannst. Wenn ich zucke, bin ich tot. Okay. Was haben wir denn hier unten? Irgendwas? Nein. Gehen wir mal hoch. Wo wir hoffentlich ein Scharfschützengewehr finden. Genau das. Und das tauschen wir mal gegen... Ach, jetzt geht's schwierig. So, lange gegen gehen. Das war der erste. Zielt der Penner auf mich. Wo rinnst du denn los? Oh. Ja. Ich sehe ihn. Mist, das war knapp. Nicht mehr viele Beckett. Bleib dran. Ohne Fuss, Beckett. Weiter so. Ein guter Schuss, nachdem ich dreimal daneben gekloppt habe. Komm mal her. Mach mal Kuckuck. Kuckuck. Gebrochen. Sag mal was. Anscheinend habe ich hier alles. So, noch mehr. Sie wollen dich umgehen. Hi. Sie wollen mich umgehen? Ich bin aber ein Camper. Ja, ich bin Camper. Ein Elender. Ich sehe dich noch nicht mal. Ich habe einfach mal da reingeschossen. Ich glaube meistens. Na, noch einer da. Ja. 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 Das ist kein Thema. Machen wir. Okay. Ich soll vielleicht nachladen. Moment, was du kannst, kann ich auch. Hab ich, glaube ich. Dich auf jeden Fall. Oh, wer schießt der da oben? So. Die Tierschaft schützt nur bei Munition, das ist schön. Gibt es hier oben noch was? Muss ich hierher oder kam ich daher? Ich weiß nicht schlecht. Den kommen sie doch auf jeden Fall nicht. Okay, ich bin zurückgelaufen. Das passiert mir sonst nie. Wirklich. Nee, ich glaube, das war ein Schrotgewehr. Das ist Waffe, die ich kaum einsetze. Ergibt mehr Sinn. So. Dann. Wollen wir weiter runter. Medikid brauche ich nicht. Oder wir möchten nicht weiter runter. Wo muss ich denn dann laufen? Okay. Hier muss ich laufen. Ich habe das Gefühl, ich brauche hier wieder das Schat schützengewehr. Wenn ich hier runter, runter gehe. Gut. Gott. Ah, goddammit. Hab ich. Warum nicht so langsam?